Ich wurde heute gefragt, was kann man tun, wenn man aus einem Vortrag herauskommt. Man hat eine ganze Menge Ideen bekommen, dass für Nachhaltigkeit gesorgt ist und man nicht ein paar Tage später leider schon wieder alles vergessen hat, obwohl man sich doch so fest vorgenommen hat, dass man jetzt sofort das ein oder andere umsetzt. Meine Idee dazu wäre, wir denken zu 95 bis 98 Prozent in Bildern, in Emotionen, in Sinnesempfindungen und dieses Wissen, dass wir in Bildern denken, nutze ich, um mit Erinnerungshilfen zu arbeiten und der Ansatz wird noch genährt vom Zürcher Ressourcenmodell vom ZRM, die ebenso dazu anregen, dass man Ziele mit sogenannten Erinnerungshilfen stützt und daher finde für das, für das du dir etwas vorgenommen hast, ein Bild. Also zum Beispiel stelle ich ganz oft die sogenannte Dankbarkeitsübung vor und ich habe dafür meine Postkarte entworfen bzw. hat meine Grafikerin für mich umgesetzt, diese Karte und die teile ich dann aus und viele hängen die sich eben an den Spiegel oder an den Kühlschrank an einen Ort, wo ich immer mal wieder von selber drauf schaue zur Erinnerung daran, dass sie eben auch ab sofort ein solches Dankbarkeitstagebuch führen wollen. Bei mir steht im Übrigen die Karte auf neben dem Bett, weil ich mache die Übung jeden Abend und ich habe sie auch immer noch als Lesezeichen in dem Buch, das ich gerade lese. Ja, ich freue mich über eine Rückmeldung, falls dir der Tipp auch geholfen hat oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.